Kommt Orlando Bloom mit dem Altern nicht klar? Als Angehöriger der Elbenrasse altert seine berühmteste Rolle Legolas in der Herr der Ringe nicht. Scheinbar wünscht sich Schauspielstar Orlando Bloom, 44, dass es ihm im echten Leben auch so gehen würde. Denn neue Postings von ihm werfen die Frage auf, ob der Gute gerade eine handfeste Mitleif-Kreises durchlebt. Bogenschießen zum Beweis Dass Legolas es immer noch kann Bogenschießen wie Legolas im Garten, Gewichte heben wie Arnold Schwarzenegger, 73, zu Bestzeiten, Motorradfahren mit Kinderbildvergleichsfoto, Orlando Bloom überschwemmt Social Media gerade mit Bildern, die Krise zu schreien scheinen. Wem will er beweisen, dass er es immer noch drauf hat, wie er zum Bogenschießvideo schreibt, seinen Fans oder doch nur sich selbst? Zu dem Motorradbild Dass ihn neben seinem Mini-Ich aus alten Tagen auf einem Dreirad zeigt, schreibt er, fahren oder sterben, bat Boy fürs Leben. Will uns da etwa jemand mit der Holzhammer-Methode klar machen, dass er körperlich zwar 44, aber mental maximal Mitte 20 ist? Obes daran liegt, dass der Herzensmann von Katy Perry, 36, seit August 2020 ein kleines Töchterchen hat und sich plötzlich alt fühlt? Weniger ist manchmal eben doch mehr. Okay. Orlando, wir verstehen ja. Du bist immer noch total wild drauf. Und dass dein Trizeps im Gym immer noch rockt, auch wenn du seither der Ringe vielleicht ein, zwei Jährchen älter ausschaust. Wir brauchen wirklich nicht noch mehr Beweise. Sonst könnte der ein oder andere Schelm doch noch glauben, du würdest gerade knietief durch die Midlife-Kreises warten. Entschleunigen ist ja manchmal auch nicht verkehrt, gerade auf dem Motorrad. Freut sich sicher auch Tochter Daisy drüber.